Es war einmal in einem kleinen Dorf namens Grüntal, eingebettet zwischen sanften Hügeln und üppigen Wäldern, ein bescheidener Bauer namens Hermann. Hermann führte ein einfaches Leben, das von den Jahreszeiten und den Zyklen der Natur bestimmt wurde. Sein Bauernhof, von Generation zu Generation weitergegeben, war sein Lebenswerk und der Mittelpunkt seiner Existenz. Hermanns Tage begannen mit dem ersten Sonnenlicht, wenn der Himmel noch in zarte Rosa- und Orangetöne getaucht war. Er trat vor seine Hütte und blickte über sein Land, während die Hähne im Dorf den neuen Tag begrüßten. Ein Lächeln spielte auf seinen Lippen, als er den frischen Duft des aufsteigenden Morgentaus einatmete. Der Bauernhof war ein Ort der Arbeit und Hingabe. Hermann kümmerte sich um seine Tiere mit liebevoller Sorgfalt. Kühe, Hühner, Schafe, sie alle waren seine treuen Begleiter. Er pflügte die Felder, säte die Samen und erntete die Früchte seiner Mühen. Das Dorf vertraute auf Hermanns Erträge, und er erwiderte dieses Vertrauen mit harter Arbeit und einem Herzen, das für die Natur schlug. In Grüntal lebten die Menschen nach den Überlieferungen ihrer Vorfahren. Die Traditionen des Pflanzens und Erntens wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Die Dorfbewohner glaubten fest an die Macht der Natur und ehrten die Jahreszeiten als göttliche Geschenke. Veränderungen wurden mit Skepsis betrachtet, und die Wurzeln der Gemeinschaft waren tief in den alten Bräuchen verankert. Doch Hermann spürte eine Unruhe in sich, eine Sehnsucht nach Veränderung. Sein Herz war wie ein fruchtbarer Boden, bereit für neue Ideen und Innovationen. Als er an einem regnerischen Nachmittag in der kleinen Bibliothek des Dorfes stöberte, stieß er auf Bücher über moderne Landwirtschaftsmethoden und nachhaltige Praktiken. Diese Literatur entfachte eine Flamme in ihm, die nicht so leicht zu löschen war. Hermann begann, kleine Experimente auf seinem Bauernhof durchzuführen. Er integrierte umweltfreundliche Techniken, die er in den Büchern gefunden hatte. Er nutzte alternative Düngemittel, führte Wasseraufbereitungsanlagen ein und experimentierte mit neuen Sorten von Nutzpflanzen. Anfangs beäugten die Dorfbewohner seine Methoden skeptisch, aber Hermanns Ernteerträge sprachen für sich. Sein Gemüse war prächtiger, seine Kühe gesünder, und sein Bauernhof florierte inmitten der traditionellen Landwirtschaft. Die Gerüchte über Hermanns Erfolge verbreiteten sich im Dorf wie der Duft frischer Blumen im Frühling. Einige Dorfbewohner waren neugierig geworden und wagten sich zu Hermanns Hof, um seine Methoden zu erkunden. Hermann, ein bescheidener Mann, öffnete seine Tore und teilte sein Wissen. Bald darauf begannen andere Bauern, seine umweltfreundlichen Praktiken zu übernehmen. Doch Veränderung ist wie ein zweischneidiges Schwert. Während einige die neuen Ideen begrüßten, gab es auch Widerstand in Grüntal. Die Ältesten des Dorfes, Hüter der Traditionen, betrachteten Hermanns Ansätze mit Misstrauen. Sie fürchteten, dass diese Veränderungen das Gleichgewicht mit den Göttern stören könnten, dass die alten Wege verlassen wurden. Eines Abends versammelte sich das Dorf auf dem zentralen Platz, um über die Zukunft zu diskutieren. Hermann wurde vor die Ältesten zitiert und mit Fragen konfrontiert. Die Welt um uns herum ändert sich, sagte Hermann ruhig. Die Natur lehrt uns, sich anzupassen. Wenn wir festhalten, ohne uns zu bewegen, riskieren wir, überrollt zu werden. Wir können die Traditionen ehren und dennoch neue Wege finden, um mit der Erde und den Jahreszeiten in Harmonie zu leben. Die Ältesten horchten auf, und ein gemurmeltes Flüstern ging durch die Menge. Die Debatte dauerte die ganze Nacht an, und am Ende einigten sie sich auf einen Kompromiss. Hermann wurde erlaubt, seine Methoden weiter anzuwenden, aber unter strenger Beobachtung der Dorfältesten. Jeder Schritt in Richtung Veränderung musste im Einklang mit den alten Bräuchen stehen. Hermann akzeptierte die Bedingungen, denn er wusste, dass Veränderung Zeit braucht, besonders in einem Ort, der so fest in seinen Überlieferungen verankert ist. Und so begannen die nächsten Jahre in Grüntal, eine Zeit, in der die alten Traditionen mit den neuen Ideen rangen, und Hermanns Bauernhof zu einem Symbol des Wandels wurde. Untertitelung des ZDF, 2020